Guten Morgen und herzlich Willkommen bei der St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Die heutige Folge lautet Geduld ist gefragt. Wir haben Mittwoch, den 22. Juni. Der DAX notiert aktuell bei rund 13.000 Punkten. Das sind 1.400 Punkte weniger als bei unserer letzten Folge vor drei Wochen. Das ist immerhin ein stattliches Minus von 10%. Mein Name ist Michael Winkler. Herzlich Willkommen. In den letzten drei Wochen ist viel passiert. Allein diese große Kursschwankung nach unten zeigt das an. Eine Kursbewegung in diesem Ausmaß ist außergewöhnlich und dann noch vor allem, wenn es auf der negativen Seite passiert, sprich mit fallenden Kursen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass unsere letzte Folge vor drei Wochen den Titel Kaufsignale getragen hat. Also da muss ja irgendetwas nicht funktioniert oder nicht gepasst haben. Was ist also passiert oder was hat sich unerwartet entwickelt? Unsere heutige Agenda. Erstens Inflationsüberraschung in den USA. Zweitens Zinsüberraschung der FED. Drittens Sitzungsüberraschung der EZB. Viertens Zinsüberraschung der SNB. Sie hören schon viele Überraschungen, die so nicht erwartet worden waren. Fünftens Fazit Geduld ist gefragt. Und sechstens zum Abschluss wie meistens unsere Idee der Woche. Beginnen wir. Punkt eins Inflationsüberraschung in den USA. Die Inflationsrate in den USA ist in den letzten Wochen für den Monat Mai mit 8,6 Prozent berichtet worden. Das war eine deutliche negative Überraschung. Warum? Weil in den Monaten zuvor, also im März und im April, wir Daten von 8,5 und dann 8,3 Prozent berichtet hatten. Und es bestand durchaus die Hoffnung, dass wir den Gipfel der Inflation schon gesehen haben im März mit den 8,5 und wir uns in einem Umfeld von leicht fallenden Inflationsraten bewegen. Das war die Erwartung von uns und das war auch die Erwartung des Marktes. Insofern hat, auch wenn die Abweichung nicht groß ist mit 8,6 zu 8,5 oder 8,3 Prozent, insofern hat uns aber diese höhere Zahl und auch den Markt deutlich negativ überrascht. Das bedeutet, die Hoffnung auf weiter leicht fallende Inflationsraten hat sich noch nicht erfüllt. Die Tendenz, ja, Geduld ist gefragt, die Inflation scheint wegen Zweitrundeneffekten etwas länger hoch zu bleiben als erwartet. So, was hat das verursacht, diese Inflationsüberraschung aus den USA? Zweiter Punkt, Zinsüberraschung der FED, die amerikanische Notenbank. Der Geldmarktzins der FED wurde auf der letzten Sitzung der FED mit einem Volumen von 75 Basispunkten oder 0,75 Prozent erhöht. Die Erhöhung an sich des Zinses hat nicht überrascht, aber jeder war aufgrund der Kommunikation der Notenbank in den letzten Wochen davon ausgegangen, dass wir etwa 50 Basispunkte, sprich ein halbes Prozent Zinserhöhung bekommen werden. Insofern war diese 0,75 auch wieder eine Überraschung. Um das einzuordnen, diesen Schritt der 0,75 Prozent Zinserhöhung, schauen wir einfach auf den letzten Zinszyklus und die Politik der Notenbanken, also speziell der FED oder der EZB, aber vor allem der FED, weil sie häufiger agiert, besteht in der Regel aus 25 Basispunkten, also 0,25 Prozent Zinsveränderungen oder maximal 50 Basispunkten. Das sehen wir auch in dem letzten Zinserhöhungszyklus von 2016 bis 2019. Das ging immer treppchenweise in kleinen Stufen, Stück für Stück für Stück, bis man dann am Ende über einen Zeitraum von drei Jahren von einem Prozent auf drei Prozent angekommen war. Insofern ist der aktuelle Schritt der Erhöhung von 0,75 überraschend. Es ist der größte Erhöhungsschritt seit den 90er Jahren und was den Markt dabei überrascht hat, war nicht nur, dass es 75 Basispunkte geworden sind, sondern man hatte das Gefühl, dass auch die amerikanische Notenbank zusehends hektischer agiert und sich nicht mehr an ihren eigentlichen Plan oder an das, was vorher kommuniziert wurde, gehalten hat. Diese hektischen Maßnahmen verursacht Unruhe in den Märkten. Punkt drei, die dritte Überraschung. Sitzungsüberraschung der EZB. Und die Sitzungsüberraschung gipfelte in einer Notfallsitzung in der letzten Woche. Es kam zu einem wiederauflackernden Euro-Krise. Wie kam das? Neben den deutlichen Zinsanstiegen an allen Rentenmärkten haben vor allem die Zinsanstiege unserer südeuropäischen Partnerländer negativ überrascht und dort ganz besonders der Zinsanstieg italienischer Staatsanleihen. Die Zinsen für zehnjährige italienische Staatsanleihen sind seit dem Sommer 2021, da lagen sie bei 0,5 Prozent, sind jetzt auf ein Niveau in der letzten Woche in der Spitze auf über vier Prozent gestiegen. Und das ist ein Ausmaß, das die EZB zum einen so nicht erwartet hatte und das natürlich wieder an die Krisensymptome unserer letzten Euro-Krise aus 2011, 2012 erinnert. Dazu kommt, dass dieser Zinsanstieg, wenn ich diese Papiere in meinem Portfolio schon gehalten habe, einen Kursverlust von über 20 Prozent verursacht hat. Und die EZB musste darauf reagieren oder wollte darauf reagieren und das Einzige, was sie sozusagen veröffentlicht hat, herausgegeben hat, wird, dass ein nicht näher genau definiertes Notfallprogramm aufgelegt wird, um eine Fragmentierung innerhalb der Eurozone zu vermeiden. Mit dem Begriff Fragmentierung ist gemeint, dass die Zinsunterschiede zwischen den einzelnen Ländern, also zum Beispiel der Zins unserer zehnjährigen Bundesanleihe und der Zins der zehnjährigen Staatsanleihe, nicht zu weit auseinander läuft. Also genau das, was die EZB mit all ihren Maßnahmen und Anleihekaufprogrammen in den letzten Jahren bewirkt hat. Und der Markt, sprich die Anleger, testen sozusagen die EZB momentan. Ja, daraufhin ist der Zins etwas zurückgekommen auf 3,6, 3,7 Prozent für die Italiener. Aber an der grundsätzlichen Situation hat sich nichts geändert. Die Tendenz wird sein, die EZB wird verstärkt italienische, südeuropäische Staatsanleihen aufkaufen, aufkaufen müssen, um ein weiteres Auseinanderlaufen der Zinsen zu verhindern. Und damit bleibt vor allem Italien aufgrund der Größe seiner Staatsverschuldung das Sorgenkind der Eurozone. Die Situation ist sozusagen immer noch nicht gelöst. Punkt vier. Zinsüberraschung der SNB. Mit SNB ist ein Begriff, den verwenden wir nicht so häufig. Also wir kennen die EZB für die Europäische Zentralbank. Wir kennen FED für die Federal Reserve, also die amerikanische Notenbank. Die SNB ist die Schweizer Nationalbank. Und dort ist dann etwas passiert, nachdem sich letzten Mittwoch noch die EZB zur Notfallsitzung getroffen hatte. Völlig überraschend, am Donnerstagmorgen hat die Schweizer Nationalbank ihren Leitzins um 0,5 Prozent, sprich 50 Basispunkte erhöht. Völlig überraschend, das war die erste Zinserhöhung seit dem Jahr 2007. Es war auch nicht angekündigt. Und was auch völlig außer der Reihe war, seit vielen Jahren sind die Anleger daran gewöhnt, dass die Schweizer Nationalbank mit ihren Zinsmaßnahmen wartet, bis die EZB agiert hat und dann meistens hinterherzieht. Nicht unbedingt immer im selben Ausmaß, aber zumindest in derselben Richtung. Die EZB hat zwar Zinserhöhungen angekündigt, hat bisher aber noch gar keine vorgenommen. Also insofern ist dieses sogenannte Vorbrechen der Schweizer Nationalbank völlig überraschend für die Marktteilnehmer. Und das hat letzten Donnerstag erneut Unruhe in die Märkte gebracht. Die Tendenz, die Schweizer Nationalbank reißt der Geduldsfaden mit der EZB, wenn man das so salopp formulieren darf. Und durch diese Maßnahme hat sich auch ganz bewusst eine weitere Aufwertung des Schweizer Frankens in Kauf genommen. Also Euro-Schweizer-Franken-Wechselkurs bewegt sich jetzt in der Nähe der Parität. Also ein bis zwei Prozent Aufwertung gab es noch einmal. Das war die vierte Überraschung. Das bringt uns auch zum Fazit. Punkt fünf. Geduld ist gefragt. Wie ordnen wir das Ganze ein, was in diesen letzten Wochen passiert ist? Also erstens, die Inflation hat noch einmal oder erneut negativ überrascht. Und was für die Hektik an den Märkten gesorgt hat, ist vor allem die Tatsache, dass wir das Gefühl bekommen, die Notenbank agieren zunehmend hektischer, ich will nicht sagen planlos, und verunsichern damit die Anleger, erhöhen die Schwankungen an den Märkten in den letzten Wochen eben die Kursverluste. Dazu kommt, durch diese höheren Zinserhöhungen oder stärkeren Zinserhöhungen nimmt jetzt bei den Anlegern die Angst vor einer zukünftigen Rezession der Wirtschaft in der Eurozone oder in den USA zu. Das wird sich auf die Gewinnschätzung der Unternehmen auswirken. Das hat eben unter anderem dazu geführt, dass die Aktienmärkte so hektisch reagiert haben in den letzten Wochen. Das bedeutet, die Phase, in der wir eigentlich vor vier bis sechs Wochen waren, dass wir schon leicht fallende Inflationsraten bekommen hatten, dass wir eine Beruhigung der Märkte bekommen hatten. Also wie gesagt, vor rund drei Wochen notierte der DAX noch fast bei 14.500 Punkten. Man war auf dem Weg wieder Richtung Normalität oder zumindest Beruhigung. Und das war auch sozusagen der Grund, warum wir die letzte Folge mit Kaufsignalen betitelt hatten, weil wir einfach eine weitere Stabilisierung, eine weitere Beruhigung erwartet hatten. Und dieses Warten auf positive Überraschung dauert durch das, was in den letzten Wochen passiert ist, einfach nochmal an. Wir müssen etwas länger warten. Die Geduld ist gefragt. Bedeutet fünftens, wie gerade angesprochen, über die Aktien und die Zinsmärkte, die Kapitalmärkte, sie reagieren nervös. Das kann man auch verstehen, wenn die Notenbanken in dieser Art und Weise agieren. Aber sie agieren oder die Märkte reagieren nicht wirklich panisch. Es ist eine erhöhte Nervosität da. Wir sehen die Kursverluste, aber es ist keine wirkliche Panik, weil wir sind ja spätestens seit dem 24. Februar, seit Russlands Überfall auf die Ukraine, seitdem sich all dieses verändert hat, ja in einer Phase erhöhten Stresses oder erhöhter Schwankungen. Bedeutet, diese Phase wird leider wohl noch etwas länger andauern und wir sind nicht sozusagen schon komplett durch. Und genau diese Situation bringt mich zu Punkt 6 unserer Idee der Woche. Überschrift für die Idee der Woche lautet dieses Mal, regelmäßige Einzahlungen erhöhen. Was ist damit gemeint? Wenn Sie entweder einfach über Sparpläne oder einfach ansonsten über regelmäßige Überweisungen, sprich Einzahlung in den Aktienmarkt investieren. Also das kann ein ETF-Sparplan sein, das können regelmäßige Einzahlungen in unsere Vermögensverwaltung sein. Einfach regelmäßig in den Aktienmarkt investieren. Sollte man Folgendes wissen zum Wesen und zum Funktionieren der Aktienmärkte. Krisen, Korrekturen, auch Cracks gehören zu den Aktienmärkten genauso wie steigende Kurse. Und in diesen Phasen, in diesen schwierigen Phasen, in der wir momentan auch wieder sind, besteht die Gefahr, dass die einmal formulierte mittelfristige Strategie, also das regelmäßige Investment in die Anlageklasse Aktien, dass die vergessen wird, weil man sich von den Tagesmeldungen leiten lässt und dann vielleicht zu vorsichtig oder zu negativ wird. Das ist genau falsch. Die Erfahrung zeigt, dass jede Krise irgendwann auch wieder einmal endet. Und das Problem an den Krisen ist, jedes Mal, wenn man in dieser Krise steckt, die Dauer und das Ende der Krise ist nicht im Voraus absehbar. Weil immer, wenn man in dieser Situation steckt, hat man ja das Gefühl, das kann nie wieder besser werden, das wird eher noch schlimmer. Und auf einmal endet sie dann doch, diese Krise. Wenn wir einen Blick in die Historie werfen, alleine nur bis zum Jahr 2000 zurück, also die letzten 22 Jahre. Dann hatten wir von 2000 bis 2003, das wäre eine sehr lange Phase, das Platzen der Dotcom-Bubble mit massiven Kursverlusten, also Weltaktienmärkte minus 50 Prozent, DAX über minus 70 Prozent in dieser Phase. Danach ging es aber für mehrere Jahre wieder aufwärts. Wir hatten 2008, 2009 Finanzmarktkrise, Pleite von Niemen, wiederum eine Halbierung der Aktienmärkte. Wir hatten in den Jahren 2011, 2012 unsere Euro-Krise, wie vorhin schon einmal angesprochen, mit deutlich zweistelligen Kursverlusten speziell der europäischen Aktienmärkte. Das ist sozusagen innerhalb von zwölf Jahren schon die dritte Krise gewesen. Wir hatten 2015, 2016 ernste Rezessionsbefürchtungen über die chinesische Wirtschaftsentwicklung, was zu einem schwierigen Aktienmarkt-Halbjahr geführt hat, bis in das Frühjahr 2016. Zweistellige Kursverluste. Danach ging es wieder hoch. Wir hatten ganz kurz, alle wissen es glaube ich noch, März 2020 für drei Wochen den Corona-Krech. Danach ging es wieder hoch. Und jetzt befinden wir uns etwa seit Jahresanfang, seit gut sechs Monaten, wieder in solch einer schwierigen Phase. Also die Gründe können jedes Mal andere sein. Es können wirtschaftliche Gründe sein, politische Gründe, Notenbankgründe, Situationen, die man eben vorher nicht sind. Es ist immer der gleiche Ablauf. Nervosität nimmt zu, Kurse fallen, man bekommt Angst und irgendwann endet diese Phase. Deswegen unser aktueller Rat, wenn Sie regelmäßig in den Aktienmarkt investieren und wir sind momentan, wenn wir auf die Wertentwicklung der Aktienmärkte in diesem Jahr schauen, Weltaktienmarkt deutlich über minus 20 Prozent, S&P 500 deutlich über 20 Prozent, Nasdaq-Index minus 30 Prozent, DAX knapp minus 20 Prozent. Wir haben schon einen gehörigen Weg nach unten mit den Kursen hingelegt. Ob wir jetzt schon am Tief sind oder nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Wahrscheinlich sind wir noch nicht da. Aber man sieht immer im Nachhinein erst, wann das Tief war oder wann diese Krise geendet hat. Deswegen gerade für regelmäßige Investments in den Aktienmarkt bieten sich diese Phasen an, ihre regelmäßigen Einzahlungen, ihre Sparraten, antizyklisch in solchen Phasen zu erhöhen, um einfach in dieser Phase sogar verstärkt in den Aktienmarkt zu investieren. Es wird sich sehr wahrscheinlich wie nach jeder Krise in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren wieder auszahlen. Das war es von mir für heute. Vielen Dank. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben normalerweise einen 14-tägigen Rhythmus. Wir hatten jetzt gerade einmal eine dreiwöchige Phase gehabt. Um den zweiwöchigen Rhythmus wieder hinzubekommen, werden wir, also ich, schon in einer Woche wieder, nächsten Mittwoch wieder zu Ihnen sprechen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Ihr Michael Winkler. Dankeschön. Vielen Dank.